Heute gibt es noch mal eine neue Folge von Hinter den Kulissen des Kölner Doms bei PlaySample, meine Damen und Herren. Der größte YouTuber in Minecraft, jedenfalls auf der Xbox. Wir wollen natürlich hier heute mal wieder Ihnen unter die Arme helfen und seinen Kölner Dom natürlich wieder ein bisschen erweitern. Er weiß heute nicht, dass ich aufnehme. Er vermutet es halt, aber er weiß es nicht ganz genau Bescheid, weil ich ihm gesagt habe, dass ich nicht aufnehme. Und dann sind auch noch Leute bei uns in die Party gekommen von Xbox und da war ihm eigentlich klar, dass ich nicht aufnehme. Aber trotzdem habe ich aufgenommen und von daher gibt es heute das Resultat. Ja, ich wünsche dir viel Spaß und dann hören wir uns noch mal am Ende der Folge. Hallo Tom, wie läuft es über dir? Ja gut, oh Alter, die wächst ja jeden Tag, wenn ich reinkomme. Und was muss ich heute machen? Was muss heute anstehen? Ja, genau das, was du jetzt siehst hier. Du siehst jetzt links, rechts siehst du das, ne? Und auf der anderen Seite nicht. Das heißt, das, was sie auf der Seite haben, muss auf der anderen Seite auch sein. Okay. Sie haben sich angepriesen in einem neuen Video. Wie hast du schon ein neues Video wieder gemacht dafür? Ja klar, ihr habt doch vorne die Seiteneingänge heute gemacht. Und in drinnen natürlich ein paar Bänke reingebaut, schon mal, damit die Leute in drinnen was zu bauen haben. Also ist schon so ein 26 Minuten Video ist das geworden. Ist hier in drinnen so ein paar Bänke, dann schon mal das Dings hier, so Kleinigkeiten und so. Hat ja schon ein bisschen was zu basteln gekriegt, ne? Dicker mit so großen Sachen. Oh, Hotdog macht jetzt die extra vagant, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das kopierst. Der Kopiermeister ist in Action. Also wenn ich da sein drittes Mal bauen würde, dann wäre sie perfekt, ne? Soll das heißen, für Jahr 2022 schon Pläne? Ja, dann fahre ich mit dem Hotdog nach Köln und fotografieren den kompletten Kölner Dom ab. Von oben nach unten. Und dann bauen wir den nach. Hotdog dabei? Einmal ein Wort. Na, wir können uns ja so eine moderne Kamera nehmen. Nein, ja genau, eine moderne Kamera, 360 Grad. Ja, und dann so 360 Grad und dann machen wir da auch so ein 3D-Modell. Ein paar Tage später, ah, hab ich vergessen, ah, Entschuldigung. Das ist eine bewährte Art, einen auf Hotdog machen, ne? Warum kommt auch das Wort her? Machst du einen auf Hotdog? Wenn einer lügt, machst du Hotdog? Bin alleinunterhalter. So, meine Damen und Herren, die wieder mal bleiben. Und wir streamen gerade. Hotdog, wir streamen gerade. Hallo Freunde. Darf ich nicht mal Hallo sagen, oder was? Ja, aber so, das war ein bisschen so. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Wir kopieren jetzt einmal ein Bikini-Botten. Hat er aber viele Klicks sofort gekriegt, ne? Welches? Bikini-Botten. Hat er mal bei mir gut gekriegt. Das Qualmfelder. Ah, aber sofort, ne? Finde den Fehler. Finde den Fehler. Ich melde mich an. Ich hoffe, du nimmst das nicht auf, ne? Hä? Ich hab noch gar nicht an. Ich lade noch ein Update runter für Streamlapse. Das lädt noch. Hat er wieder heute nichts eigentlich? Ich dachte, du wolltest hinter den Kulissen machen. Ja, nee. Ey, du hast so eine Welle gemacht. So eine Welle hinter den Kulissen. Dass ich mir echt zum Morgen gepostet hab, wie so ein Beklopter. Und dann, ey, nee, okay. Was ist das denn von mir jetzt, ne? Boah, ekelhaft. Oh, Mann, ey. Kannst auch mal wie früh aufstehen morgens, ne? Du musst nicht jeden Tag aufschlafen. Ja, und es geht noch schon langsam zum Bauen. So war ich fertig. Das kommt davon, wenn man nie was vorbereitet, ne? Na, was läuft bei euch so? Also, Otto, baut für mich. Und ich baue für mich. Was, Otto, was lachst du jetzt wieder so dreckig? War das kramatisch falsch, oder was? Nein, ich weiß nur, was du dir brauchst. Das habe ich schon, das habe ich schon gebraucht, Otto. Hast du? Die Cola habe ich schon getrunken. Habe ich doch gesagt, wenn ich jetzt die antworte... Trinkst du die Cola. Dann weißt du es, habe ich gesagt. Dann trinke ich die Cola, ja, genau. Jetzt habe ich mir die Cola ausgetrunken. Und jetzt ist alles gut. Oh, ja, okay. Ist aber noch ziemlich düster hier drin, ne? Bis sie jetzt nicht mehr ausläuft mit Kerzen oder so. Hast du jetzt alles kopiert? Ja, außer innen drin jetzt. Okay. Kann ich noch was machen hier bei deinem Kölner Dümchen? Man kann ja sagen, schon wieder zwei Wochen her, dass sich, sag ich mal, hier irgendwas kopiert hat. Aber das war jetzt nicht gerade viel, was ich kopieren musste, ne? Ja. Oh, 377 Aufrufe habe ich von HotDocs. HotDocs! Ja, die Leute sind interessiert, ne? So, einmal hier. Ich muss erstmal das kopieren. So, dann gehen wir einmal... Weißt du, ich gucke mir gerade hier deine Säulen an, ne? Ja. Und da sehe ich gerade, theoretisch, ist das, was ich gerade eben gemacht habe, für umsonst gewesen. Warum? Ja, weil du keine der beiden... Ja, weil du... Ja, deine Säulen nicht fertig gebaut hast. Die sind nicht ordentlich. Was ist denn nicht ordentlich? Was ist denn für ein Unterschied zwischen diese Strebe... Ja. ...und dieser Strebe? Hä? Die musst du ja doch ausbauen. Ja, hast du nicht gemacht, ne? Habe ich nicht gemacht? Ne, weiß nicht. Habe ich auch in der Folge gesagt. Ich habe den Leuten das hier gezeigt. Guck mal. Da, wo ich bin. Okay. Ja, aber auf beiden Seiten ist der Stand so, ne? Also ich baue dir jetzt den nicht aus. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, ich war zu faul, aber... Der Hotdog kommt und kopiert mir das alles. Ich kopiert euch ja da jetzt die ganze Streben rein, Alter. In die letzte... Also jetzt die Folge, die kommt, habe ich fortförtlich gesagt. Der Hotdog, der kopiert mir das. Ja. Da habe ich auch gesagt, es tut mir leid, hier. Ich war faul. Aber der Hotdog kommt. Und macht das fertig. Also sehe ich aus, dass die jetzt ganzen einzelnen Streben, die alle unterschiedlich lang sind, da jetzt reinkopiert. Ja, habe ich dich gefragt, hast du gesagt, das ist kein Problem. Ich habe gesagt, oh, das ist aber wuschelig. Na, das mache ich schon. Dachte, ne? Ja. Habe ich gesagt, kriegst du das so hin? Ja, kriege ich das. Weißt du, was du damit gemeint hast? Dass ich dir die ganzen Streben einmal rübersetze. Und nicht, dass du die einzelnen meinst. Also das jetzt aber, ne? Was willst du denn jetzt mehr? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Das wäre so, als wenn ich eine Kiste mit Reis aus Kipp und frage, ja, kannst du die alle einzeln aufheben oder nicht? Ja, kann ich auch. Ja, aber da haben wir nicht gesagt, mit der Hand oder mit der Schaufel, ne? Kein Unterschied. Warte mal, jetzt muss ich es schreiben. Ja, Entschuldigung, weil, warte. Aber wie großartig noch Kopiermeister machen, ne? Ja, was hast du denn da alles gebaut? Ja, du hast mir nur die Seiten gezeigt. Ich habe mich gar nicht da auf die oberen Spitze da fixiert. Ich habe gekämpft, dass ich das einigermaßen hinwurschtle. Aber, es ist ein Punkt, wo man das, ich weiß es nicht. Warte mal, ich muss mal mein Fenster zumachen. Da sehen nur Leute, die das nachbauen und sind dunken, ey. Ich weiß es nicht. Oh, das ist alle nur blau, ey. Kurze, knappe Folge heute hier beim Kölner Dom. Der Play hat nicht wirklich was vorbereitet, was wir kopieren können. Beim nächsten Mal, hoffe ich mal, wird er ein bisschen fleißiger sein. Sonst schreibt auch noch gerne beim Play ein paar nette Kommentare in seinen letzten Kölner Dom Video. Und vielleicht auch ein paar Vorschläge, was er da noch ein bisschen reinbauen könnte. Denn vielleicht ist der ein oder andere so ein Kölner Dom Spezialist. Und dann habt ihr da noch ein paar Vorschläge für ihn. Tja, sonst war es das wieder für heute. Ihr könnt auch gerne in die Infobox schauen. Da gibt es noch ein paar tolle Videos. Oder den Kanal abonnieren. Seien halt immer auf dem laufenden Stand. Aber sonst war es das für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.